Aus der Lutherbibel von 1880, das Evangelium nach Markus. Dies ist der Anfang des Evangelii von Jesu Christo, dem Sohne Gottes, als geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der da bereitet deinen Weg vor dir. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, machet seine Steige richtig. Johannes, der war in der Wüste, taufte und predigte von der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und die von Jerusalem und ließen sich alle von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber war bekleidet mit Kamelshaaren und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geiste taufen. Und es begab sich zu derselben Zeit, dass Jesus aus Galiläa von Nazareth kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und als bald stieg er aus dem Wasser und sah, dass sich der Himmel auftat und den Geist gleich wie eine Taube herabkomm auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und bald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und war all da in der Wüste vierzig Tage und ward versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus in Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium. Da er aber an dem galiläischen Meer ging, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also bald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von dannen ein wenig Führbars ging, sah er Jakobom, den Sohn Zebedee, und Johannem, seinen Bruder, dass sie die Netze im Schiff fliegten, und bald rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäum im Schiff mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Und sie gingen gen Kapernaum, und bald an den Sabbaten ging er in die Schule und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte gewalttäglich und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Schule ein Mensch, besessen mit einem unsauberen Geist, der schrie und sprach, Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesu von Nazareth? Du bist gekommen und zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unsaubere Geist riß ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, also dass sie untereinander sich befragten und sprachen, Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Gewalt den unsauberen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und sein Gerücht erscheu bald umher in die Grenze Galiläa. Und sie gingen bald aus der Schule und kamen in das Haus Simonis und Andreas mit Jakobo und Johanne. Und die Schwieger Simonis lag und hatte das Fieber, und also bald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr und richtete sie auf und hielt sie bei der Hand, und das Fieber verließ sie weit, und sie diente ihnen. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm allerlei Kranke und Besessene. Und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Seuchen beladen waren, und trieb viele Teufel aus und ließ die Teufel nicht reden, denn sie kannten ihn. Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und Jesus ging in eine Wüstestätte und betete daselbst. Und Petrus mit denen, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm. Jedermann such dich! Und er sprach zu ihnen. Lasst uns in die nächsten Städte gehen, dass ich da selbst auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er predigte in ihren Schulen in ganz Galiläa und trieb die Teufel aus. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete vor ihm und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesum und reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will es tun, sei gereinigt. Und als er so sprach, ging der Aussatz also bald von ihm, und er ward rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn also bald von sich und sprach zu ihm, Sieh zu, dass du niemand nichts sagst, sondern geh hin und zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, zum Zeugnis über sie. Er aber, da er hinauskam, hob er an und sagte viel davon und machte die Geschichte ruchtbar. Also, dass er hinfort nicht mehr konnte öffentlich in die Stadt gehen, sondern er war draußen in den Wüstenörtern, und sie kamen zu ihm von allen Enden. Und über etliche Tage ging er wiederum gen Kapernaum, und es war truchbar, dass er im Hause war. Und also bald versammelten sich viele, also, dass sie nicht Raum hatten, auch draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kam etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten bei ihnen kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und gruben es auf und ließen das Bette hernieder, da der Gichtbrüchige innen lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen allda und gedachten in ihren Herzen. Wie redet dieser solche Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Und Jesus erkannte bald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst, und sprach zu ihnen. Was gedenket ihr solches in euren Herzen? Welches ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und wandle? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht habe, zu vergeben die Sünden auf Erden. Sprach er zu dem Gichtbrüchigen, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und allsobald stand er auf, nahm sein Bett und ging hinaus vor allen, also dass sich alle entsetzten, und priesen Gott und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Und er ging wiederum hinaus an das Meer, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrete sie. Und da Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Ephäi, am Zoll sitzen, und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, da er zu Tische saß in seinem Hause, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern, denn ihrer waren viele, die ihm nachfolgten. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, da sie sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isset, und trinket er mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Und die Jünger Johannes und der Pharisäer fasteten viel, und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger Johannes und der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsleute fasten, die weil der Bräutigam bei ihnen ist? Also lang der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Niemand pflegt einen Lappen von neuem Tuch an ein altes Kleid, denn der neue Lappen reißt doch vom alten, und der Riß wird ärger. Und niemand fasset Most in alte Schläuche, anders zerreißt der Most die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche kommen um, sondern man soll Most in neue Schläuche fassen. Und es begab sich, da er wandelte am Sabbat durch die Saat, und seine Jünger fingen an, indem sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh zu, was tun deine Jünger am Sabbat, das nicht recht ist. Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, da es ihm Not war und ihn hungerte, samt den, die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes, zur Zeit Abiatas des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, die niemand durfte essen, denn die Priester. Und er gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist des Menschensohn ein Herr auch des Sabbats. Und er ging aber mal in die Schule, und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie hielten auf ihn, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, auf das sie eine Sache zu ihm hätten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, Tritt hervor! Und er sprach zu ihnen, Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen Stille. Und er sah sie umher an mit Zorn, und war betrübt über ihrem verstockten Herzen, und sprach zu dem Menschen, Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus, und die Hand ward ihm gesund wie die andere. Und die Pharisäer gingen hinaus, und hielten also bald ein Rat mit Herodes Dienern über ihn, wie sie ihn umbrächten. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer, und viel Volk folgte ihm nach aus Galiläa und aus Judäa. Und von Jerusalem und aus Idumea und von jenseits des Jordans, und die um Tyrus und Sidon wohnen, eine große Menge, die seine Taten hörten, und kamen zu ihm. Und er sprach zu seinen Jüngern, dass sie ihm ein Schifflein hielten um des Volkes willen, dass sie ihn nicht drängten. Denn er heilte ihrer viele, also, dass ihn überfielen alle, die geplagt waren, auf das sie ihn anrührten. Und wenn ihn die unsaubren Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, Du bist Gottes Sohn! Und er bedrohte sie hart, dass sie ihm nicht offenbar machten. Und er ging auf einen Berg, und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er ordnete die Zwölfe, dass sie bei ihm sein sollten, und dass er sie aussendete, zu predigen, und dass sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. Und gab Simon den Namen Petrus, und Jakobum, den Sohn Zebede, und Johannem, dem Bruder Jakobi, und gab ihm den Namen Bnehagem, das ist gesagt, Donnerskinder. Und Andréam, und Philippum, und Bartholomeum, und Matthäum, und Thomam, und Jakobum, Alphäison, und Thaddeum, und Simon von Cana, und Judas Ischariot, der ihn verriet. Und sie kamen zu Hause, und da kam abermal das Volk zusammen, also, dass sie nicht Raum hatten zu essen. Und da es höreten, die um ihn waren, ging sie hinaus und wollten ihn halten, denn sie sprachen, Er wird von Sinnen kommen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, Er hat den Beelzebub, und durch den obersten der Teufel treibt er die Teufel aus. Und er rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen, Wie kann ein Satan den anderen austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst untereinander uneins wird, mag es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst untereinander uneins wird, mag es nicht bestehen. Setzt sich nun der Satan wieder sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Es kann niemand einem Starken in sein Haus fallen und sein Hausrat rauben, es sei denn, dass er zuvor den Starken binde und als dann sein Haus beraube. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Gotteslästerung, damit sie Gott lästern. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts. Denn sie sagten, Er hat einen unsauberen Geist. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, Siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum sich auf die Jünger, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und er fing aber mal an zu leeren am Meer, und es versammelte sich viel Volk zu ihm, also, dass er musste in ein Schiff treten und auf dem Wasser sitzen, und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Und er predigte ihn lange durch Gleichnisse, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, Höre zu, siehe, es ging ein Seemann auszusehen, und es begab sich, indem er sehte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige, da es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und die, weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Und etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf ein gutes Land und brachte Frucht, die dazu nahm und wuchs, und etliches trug dreißigfältig, und etliches sechzigfältig, und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da er allein war, fragten ihn um dieses Gleichnis, die um ihn waren, samt den Zwölfen. Und er sprach zu ihnen, Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reichs Gottes zu wissen. Den aber draußen widerfährt es alles durch Gleichnisse, auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, auf dass sie sich nicht dermal einst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben werden. Und er sprach zu ihnen, Versteht ihr dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr denn die anderen verstehen? Der Seemann seht das Wort, diese sind es aber, die an den Weg sind, wo das Wort gesät wird, und sie es gehöret haben. So kommt also bald der Satan und nimmt weg das Wort, das in ihr Herz gesät war. Also auch die sind es, die aufs Steinige gesät sind, wenn sie das Wort gehöret haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf, und haben keine Wurzel in ihnen, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so ärgern sie sich also bald. Und diese sind es, die unter die Dorn gesät sind, die das Wort hören. Und die Sorge dieser Welt und der betrügerische Reichtum und viele andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und diese sind es, die auf ein gutes Land gesät sind, die das Wort hören, und nehmen es an und bringen Frucht. Etliche dreißigfältig und etliche sechzigfältig und etliche hundertfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, Sehe zu, was ihr höret, mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen, und man wird noch zugeben euch, die ihr dies höret. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird man nehmen, auch das er hat. Und er sprach, das Reich Gottes hat sich also, als wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Nacht und Tag, und der Same geht auf und wechselt, dass er es nicht weiß. Denn die Erde bringt von sich selbst zum Ersten das Gras, danach die Ehren, danach den vollen Weizen in den Ehren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach, wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welch Gleichnis wollen wir es vorbilden? Gleich wie ein Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das Kleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, so nimmt es zu und wird größer, denn alle Kohlkräuter, und gewinnt große Zweige, also, dass die Vögel unter dem Himmel unter seinen Schatten wohnen können. Und durch viele solcher Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, nachdem sie es hören konnten. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, aber in Sonderheit legte er es seinen Jüngern alles aus. Und an demselben Tage des Abends sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiffe war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, wie seid ihr so furchtsam, wie, dass ihr keinen Glauben habt. Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und sie kamen jenseits des Meeres in die Gegend der Gadarena. Und als er aus dem Schiff trat, lief ihm alsobald entgegen aus den Gräbern ein besessener Mensch mit einem unsauberen Geist, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten abgerissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn zähmen. Und er war alle Zeit, beides Tag und Nacht auf den Bergen, und in den Gräbern schrie und schlug sich mit Steinen. Da er aber Jesum sah von Ferne, lief er zu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach, Was habe ich mit dir zu tun, o Jesu, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälest. Er aber sprach zu ihm, fahre aus, du unsauberer Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete und sprach, Legion heiße ich, denn unser ist viel. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus derselben Gegend triebe. Und es war da selbst an den Bergen eine große Herde Säue an der Weide. Und die Teufel baten ihn alle und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und all sobald erlaubte es ihn Jesus. Da fuhren die unsauberen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürzte sich mit einem Sturm ins Meer. Ihrer waren aber bei zweitausend und ersoffen im Meer. Und die Sauhürden flohen und verkündigten das in der Stadt und auf dem Lande. Und sie gingen hinaus zu sehen, was da geschehen war. Und kamen zu Jesu und sahen den, so von den Teufeln besessen war, dass er saß und war bekleidet und vernünftig, und fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, sagten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war und von den Säuen. Und sie fingen an und baten ihn, dass er aus ihrer Gegend zöge. Und da er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene, dass er möchte bei ihm sein. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie große Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmet hat. Und er ging hin und fing an auszurufen in den Zehn Städten, wie große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Und da Jesus wieder herüberfuhr im Schiff, versammelte sich viel Volk zu ihm und war an dem Meer. Und siehe, da kam der obersten Einer von der Schule mit Namen Jairus, Und da er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, Meine Tochter ist in den letzten Zügen, du wolltest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm und es folgte ihm viel Volks nach und sie drängten ihn. Und da war ein Weib, das hatte den Blutgang zwölf Jahre gehabt und viel erlitten von vielen Ärzten und hatte alles ihr Gut darauf verzehret und half ihr nichts, sondern vielmehr ward es Ärger mit ihr. Da die von Jesu hörte, kam sie im Volk von hinten zu und rührte sein Kleid an, denn sie sprach, Wenn ich nur sein Kleid möchte anrühren, so würde ich gesund. Und Eisobald vertrocknete der Brunnen ihres Blutes und sie fühlte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage war gesund geworden. Und Jesus führte eisobald an sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, und wandte sich um zum Volk und sprach, Wer hat meine Kleider angerührt? Und die Jünger sprachen zu ihm, Du siehst, dass dich das Volk drängt und sprichst, Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Das Weib aber fürchtete sich und zitterte, Denn sie wusste, was an ihr geschehen war, Kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, Geh hin mit Frieden und sei gesund von deiner Plage. Da er noch also redete, kamen etliche vom Gesinde des Obersten der Schule und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte bald die Rede, die da gesagt ward, Und sprach zu dem Obersten der Schule, Fürchte dich nicht, glaube nur! Und ließ niemand ihm nachfolgen, Denn Petrum und Jakobum und Johannem, Den Bruder Jakobi. Und er kam in das Haus des Obersten der Schule und sah das Getümmel, Und die da sehr weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, Was tummelt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn, Und er trieb sie alle aus Und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter, Und die bei ihm waren, Und ging hinein, da das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihr, Talita Kumi, das ist verdolmetscht, Mäglein, ich sage dir, steh auf! Und eisobald stand das Mäglein auf und wandelte. Es war aber zwölf Jahre alt, Und sie entsetzten sich über die Maße. Und er verbot ihnen hart, Dass es niemand wissen sollte, Und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Und er ging aus von dannen und kam in sein Vaterland, Und seine Jünger folgten ihm nach. Und da der Sabbat kam, Hob er an zu lehren in ihrer Schule. Und viele, die es hörten, Verwunderten sich seiner Lehre und sprachen, Woher kommt dem solches? Und was Weisheit ist es, Die ihm gegeben ist, Und solche Taten, Die durch seine Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Maria Sohn, Und der Bruder Jakobi, Und Joses, Und Jude, Und Simonis? Sind nicht auch seine Schwestern All hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, Ein Prophet gilt nirgendweniger, Denn im Vaterlande und daheim bei den Seinen. Und er konnte allda nicht eine einzige Tat tun, Ohne wenigen Siechen legte er die Hände auf Und heilte sie. Und er verwunderte sich ihres Unglaubens, Und er ging umher in die Flecken im Kreis Und lehrete. Und er berief die Zwölfe Und hob an Und sandte sie Je zwei und zwei Und gab ihnen Macht Über die unsauberen Geister. Und gebot ihnen, Dass sie nichts bei sich trügen auf dem Wege, Denn allein einen Stab, Keine Tasche, Kein Brot, Kein Geld im Gürtel, Sondern wären geschuht Und dass sie nicht zwei Rücke anzögen. Und sprach zu ihnen, Wo ihr in ein Haus gehen werdet, Da bleibet innen, Bis ihr von dann zieht. Und welche euch nicht annehmen, Noch hören, Da geht von dannen heraus Und schüttelt den Staub ab von euren Füßen Zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch, Wahrlich, Es wird Sodom und Gemorra Am jüngsten Gericht erträglicher gehen, Denn solcher Stadt. Und sie gingen aus, Und predigten, Man sollte Buße tun, Und trieben viele Teufel aus, Und seibten viele Sieche mit Öl, Und machten sie gesund. Und es kam vor den König Herodes, Denn sein Name war nun bekannt, Und er sprach, Johannes der Täufer Ist von den Toten auferstanden, Darum tut er solche Taten. Etliche aber sprachen, Er ist Elias, Etliche aber, Er ist ein Prophet, Oder einer von den Propheten. Da es aber Herodes hörte, Sprach er, Es ist Johannes, Den ich enthauptet habe, Der ist von den Toten auferstanden. Er aber, Herodes, Hatte ausgesandt, Und Johannem gegriffen, Und in das Gefängnis gelegt, Um Herodias Willen, Seines Bruders Philippi Weib, Denn er hatte sie gefreiert. Johannes aber sprach zu Herodes, Es ist nicht recht, Dass du deines Bruders Weib habest. Herodias aber stellte ihm nach, Und wollte ihn töten, Und konnte nicht. Herodes aber fürchtete Johannem, Denn er wusste, Dass er ein frommer und heiliger Mann war, Und verwahrte ihn, Und gehorchte ihm in vielen Sachen, Und hörte ihn gerne. Und es kam ein gelegener Tag, Dass Herodes auf seinen Jahrestag Ein Abendmahl gab, Den obersten und Hauptleuten, Und vornehmsten in Galiläa. Da trat hinein die Tochter der Herodias, Und tanzte, Und gefiel wohl dem Herodes, Und den, die am Tische saßen. Da sprach der König zum Mäglein, Bitte von mir, was du willst, Ich will es dir geben, Und schwur ihr einen Eid, Was du wirst von mir bitten, Will ich dir geben, Bis an die Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus, Und sprach zu ihrer Mutter, Was soll ich bitten? Die sprach, Das Hauptjohannes, des Täufers. Und sie ging bald hinein mit Eile zum König, Bat und sprach, Ich will, dass du mir gebest jetzt sobald, Auf einer Schüssel das Hauptjohannes des Täufers. Der König ward betrübt, Doch um des Eides willen, Und derer, die am Tische saßen, Wollte er sie nicht lassen, Eine Fehlbitte tun. Und bald schickte hin der König den Henker, Und hieß sein Haupt herbringen. Der ging hin, Und enthauptete ihm im Gefängnis, Und trug her sein Haupt auf einer Schüssel, Und gab es dem Mäglein, Und das Mäglein gab es ihrer Mutter. Und da das seine Jünger hörten, Kam sie und nahm sein Leib Und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel kamen zu Jesu zusammen Und verkündigten ihm das alles, Und was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, Lasst uns besonders in eine Wüste gehen, Und ruhet ein wenig, Denn ihrer waren viele, Die ab und zu gingen, Und hatten nicht Zeit genug zu essen. Und er fuhr da in einem Schiff Zu einer Wüste besonders, Und das Volk sah sie wegfahren, Und viele kannten ihn, Und liefen da selbst hin, Miteinander zu Fuß, Aus allen Städten, Und kamen ihn zuvor, Und kamen zu ihm. Und Jesus ging heraus, Und sah das große Volk, Und es jammerte ihn derselben, Denn sie waren wie die Schafe, Die kein Hürden haben, Und fing an eine lange Predigt. Da nun der Tag fast dahin war, Traten seine Jünger zu ihm, Und sprachen, Es ist Wüste hier, Und der Tag ist nun dahin. Lass sie von dir, Dass sie hingehen, Umher in die Dörfer und Märkte, Und kaufen sich Brot, Denn sie haben nichts zu essen. Jesus aber antwortete, Und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, Sollen wir denn hingehen, Und zweihundert Pfennig wert Brot kaufen, Und ihn zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und sehet. Und da sie es erkundet hatten, Sprachen sie, Fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, Dass sie sich alle lagerten bei Tischen voll, Auf das grüne Gras. Und sie setzten sich nach Schichten, Je hundert und hundert, Fünfzig und fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, Und sah auf gen Himmel, Und dankte und brach die Brote, Und gab sie den Jüngern, Dass sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische, Teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt, Und sie hoben auf die Brocken, Zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die da gegessen hatten, Derer waren fünftausend Mann. Und also bald trieb er seine Jünger, Dass sie in das Schiff treten Und vor ihm hinüberführen gen Bezeider, Bis dass er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich geschafft hatte, Ging er hin auf den Berg zu beten, Und am Abend war das Schiff Mitten auf dem Meer Und er auf dem Lande allein. Und er sah, Dass sie Not litten im Rudern, Denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht Kam er zu ihnen Und wandelte auf dem Meer. Und er wollte vor ihnen übergehen, Und da sie ihn sahen Auf dem Meere wandeln, Meinten sie, Es wäre ein Gespenst, Und schrien. Denn sie sahen ihn alle Kamen sie in das Land Genezareth Und fuhren an. Und da sie aus dem Schiff traten, Also bald kannten sie ihn. Und liefen alle in die umliegenden Länder Und hoben an die Kranken umher, Zu führen auf Betten, Wo sie hörten, dass er war. Und wo er in die Märkte Oder Städte oder Dörfer einging, Da legten sie die Kranken auf den Markt Und baten ihn, Dass sie nur den Saum seines Kleides Anrühren möchten. Und alle, die ihn anrührten, Wurden gesund. Und es kamen zu ihm die Pharisäer Und etliche von den Schriftgelehrten, Die von Jerusalem gekommen waren. Und da sie sahen etliche seiner Jünger Mit gemeinen, Das ist, Mit ungewaschenen Händen Das Brot essen, Versprachen sie es. Denn die Pharisäer Und alle Juden essen nicht, Sie waschen denn die Hände manchmal, Halten also die Aufsätze Der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, Essen sie nicht, Sie waschen sich denn. Und des Dingen es fiel, Dass sie zu halten haben, Angenommen, Vom Trinkgefäßen Und Krügen Und ehernen Gefäßen Und Tischen zu waschen. Da fragten ihn nun Die Pharisäer Und Schriftgelehrten, Warum wandeln denn deine Jünger Nicht nach den Aufsätzen Der Ältesten, Sondern essen das Brot Mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete Und sprach zu ihnen Wohlsein hat von euch Heuchlern Jesaja geweiß sagt, Wie geschrieben steht Dies Volk ehret mich mit den Lippen, Aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber ist es, Dass sie mir dienen, Die weil sie lehren solche Lehre, Die nichts ist, Denn Menschen gebot. Ihr verlasset Gottes Gebot Und haltet der Menschen Aufsätze Von Krügen und Trinkgefäßen zu waschen Und dergleichen tut ihr viel. Und er sprach zu ihnen, Wohlsein habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, Auf das ihr eure Aufsätze haltet. Denn Moses hat gesagt, Du sollst dein Vater und deine Mutter ehren, Und wer Vater oder Mutter flucht, Der soll des Todes sterben. Ihr aber lehret, Wenn einer spricht zum Vater oder Mutter, Korban, das ist, Wenn ich opfere, So ist dies viel nützer, Der tut wohl. Und so lasst ihr hinfort, Ihn nichts tun, Seinem Vater oder seiner Mutter. Und hebt auf Gottes Wort Durch eure Aufsätze, Die ihr aufgesetzt habt, Und dergleichen tut ihr viel. Und er rief zu sich das ganze Volk Und sprach zu ihnen, Höret mir alle zu Und vernehmt es. Es ist nichts außer dem Menschen, Das ihn könnte gemein machen, So es in ihn geht, Sondern das von ihm ausgeht, Das ist es, Das den Menschen gemein macht. Hat jemand Ohren zu hören, Der höre. Und da er von dem Volk ins Haus kam, Fragten ihn seine Jünger Um dieses Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, Seid ihr denn auch so unverständig, Vernehmt ihr noch nicht das alles, Was außen ist und in den Menschen geht, Das kann ihn nicht gemein machen. Denn es geht nicht in sein Herz, Sondern in den Bauch, Und geht aus durch den natürlichen Gang, Der alle Speise ausfäget. Und er sprach, Was aus dem Menschen geht, Das machet den Menschen gemein. Denn von innen, Aus dem Herzen der Menschen, Gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Scheikheit, List, Unzucht, Scheiksauge, Gotteslästerung, Hofart, Unvernunft. All diese bösen Stücke Gehen von innen heraus Und machen den Menschen gemein. Und er stand auf Und ging von dannen In die Grenze Tyros und Sydon Und ging in ein Haus Und wollte es niemand wissen lassen Und konnte doch nicht verborgen sein. Denn ein Weib hatte von ihm gehört, Welcher Töchterlein Einen unsauberen Geist hatte, Und sie kam Und fiel nieder zu seinen Füßen. Und es war ein griechisch Weib Aus Syrophönüse, Und sie bat ihn, Dass er den Teufel Von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht fein, Dass man der Kinder Brot nehme Und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber Und sprach zu ihm, Ja, Herr, Aber doch essen die Hündlein Unter dem Tische Von den Brotsamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, Um des Wortes willen, So gehe hin, Der Teufel ist von deiner Tochter Ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus Und fand, Dass der Teufel war ausgefahren Und die Tochter Auf dem Bette liegend. Und da er wieder ausging Von den Grenzen Tyrus und Südorn, Kam er an das Gadiläische Meer, Mitten unter die Grenze Der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm Einen Tauben, Der stumm war, Und sie baten ihn, Dass er die Hand Auf ihn legte. Und er nahm ihn Von dem Volke besonders Und legte ihm die Finger In die Ohren Und spützte Und rührte seine Zunge Und sah auf Genn Himmel, Seufzte Und sprach zu ihm, Hey Vater, Das ist, Tue dich auf. Und alsobei Taten sich seine Ohren auf Und das Band seiner Zunge Wart los Und redete recht. Und er verbot ihnen, Sie sollten es niemand sagen. Je mehr er aber verbot, Je mehr sie es ausbreiteten. Und verwunderten sich Über die Maße Und sprachen. Er hat alles wohl gemacht, Die Tauben macht er hörend Und die Sprachlosen redend. Zu der Zeit, Da viel Volks da war Und hatten nichts zu essen, Rief Jesus seine Jünger zu sich Und sprach zu ihnen, Mich jammert des Volkes, Denn sie haben nun Drei Tage bei mir verhaaret Und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ungegessen Von mir heim ließe gehen, Würden sie auf dem Wege verschmachten, Denn etliche waren von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, Dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, Wie viel habt ihr Brote? Sie sprachen, Sieben. Und er gebot dem Volk, Dass sie sich auf die Erde lagerten. Und er nahm die sieben Brote Und dankte Und brach sie Und gab sie seinen Jüngern, Dass sie dieselben vorlegten. Und sie legten dem Volke vor Und hatten ein wenig Fischlein. Und er dankte Und hieß dieselben auch vortragen. Sie aßen aber und wurden satt Und hoben die übrigen Brocken auf Sieben Körbe. Und ihrer waren bei viertausend, Die da gegessen hatten. Und er ließ sie von sich. Und also bald trat er in ein Schiff Mit seinen Jüngern Und kam in die Gegend Und die Pharisäer gingen heraus Und fingen an, Sich mit ihm zu befragen, Versuchten ihn Und begehrten von ihm Ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist Und sprach, Was sucht doch dies Geschlecht Zeichen? Wahrlich, Ich sage euch, Es wird diesem Geschlecht Kein Zeichen geben. Und er ließ sie Und trat wiederum in das Schiff Und fuhr herüber. Und sie hatten vergessen, Brot mit sich zu nehmen Und hatten nicht mehr mit sich im Schiff, Denn ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, Schaue zu Und seht euch vor Vor dem Sauerteig der Pharisäer Und vor dem Sauerteige Herodes. Und sie gedachten hin und wieder Und sprachen untereinander, Das ist es, Dass wir nicht Brot haben. Und Jesus vernahm das Und sprach zu ihnen, Was bekümmert ihr euch doch, Dass ihr nicht Brot habt? Vernehmt ihr noch nichts Und seid ihr noch nicht verständig? Habt ihr noch ein Verstarrtes Herz in euch? Habt Augen Und seht nicht Und habt Ohren Und höret nicht Und denkt nicht daran. Da ich fünf Brote brach Unter fünftausend, Wie viele Körbe voll Brocken Hobet ihr da auf? Sie sprachen, Zwölf! Da ich aber die sieben brach Unter die viertausend, Wie viele Körbe voll Brocken Hobet ihr da auf? Sie sprachen, Sieben! Und er sprach zu ihnen, Wie vernehmt ihr denn nichts? Und er kam gen Bezei da, Und sie brachten zu ihm Einen Blinden Und baten ihn, Dass er ihn anrührte. Und er nahm den Blinden Bei der Hand Und führte ihn hinaus Und sprach, Gehe nicht hinein in den Flecken Und sage es auch niemand darinnen. Und Jesus ging aus Und seine Jünger In die Märkte der Stadt Und auf dem Wege fragte er seine Jünger Und sprach zu ihnen, Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten, Sie sagen, Du seist Johannes der Täufer, Etliche sagen, Du seist Elias, Etliche, Du seist der Propheten einer. Und er sprach zu ihnen, Ihr aber, Wer saget ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus Und sprach zu ihm, Du bist Christus! Und er bedrohte sie, Dass sie niemand von ihm sagen sollten Und hob an, sie zu lehren. Das Menschensohn muss viel leiden Und verworfen werden Von den Ältesten Und hohe Priestern Und Schriftgelehrten Und getötet werden Und über drei Tage auferstehen. Und er redete das Wort frei offenbar. Und Petrus nahm ihn zu sich, Fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um Und sah seine Jünger an Und bedrohte Petrum und sprach, Geh hinter mich, du Satan, Denn du meinst nicht, Dass göttlich, Sondern das menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk Samt seinen Jüngern Und sprach zu ihnen, Wer mir will nachfolgen, Der verleugne sich selbst Und nehme sein Kreuz auf sich Und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, Der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinet Und des Evangelii willen, Der wird es behalten. Was helfe es dem Menschen, Wenn er die ganze Welt gewinne Und nehme an seiner Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, Damit er seine Seele löse? Wer sich aber mein und meiner Worte schämt Und diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, Das wird sich auch des Menschensohns schämen, Wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters Mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, Es stehen etliche hier, Die werden den Tod nicht schmecken, Bis dass sie sehen, Das Reich Gottes mit Kraft kommt. Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrum, Jakobum und Johannem Und führte sie auf einen hohen Berg besonders allein Und verklärte sich vor ihnen. Und seine Kleider wurden hell Und sehr weiß wie der Schnee, Dass sie kein Färber auf Erden kann so weiß machen. Und es erschien ihnen Elias mit Mose Und hatte eine Rede mit Jesu. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesu, Rabbi, hier ist gut sein, Lass uns drei Hütten machen, Dir eine, Mosi eine und Elias eine. Er wusste aber nicht, was er redete, Denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, Die überschattete sie, Und eine Stimme fiel aus der Wolke und sprach, Das ist mein lieber Sohn, Den sollt ihr hören. Und bald danach sahen sie sich um Und sah niemand mehr, Denn allein Jesum bei ihnen. Da sie aber vom Berge herabgingen, Verbot ihnen Jesus, Dass sie niemand sagen sollten, Was sie gesehen hatten, Bis des Menschen so ein Auferstände von den Toten. Und sie behielten das Wort bei sich Und befragten sich untereinander, Was ist doch das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, Sagen doch die Schriftgelehrten, Dass Elias müsse zuvor kommen. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, Elias soll ja zuvor kommen Und alles wieder zurecht bringen. Dazu des Menschen Sohn soll viel leiden Und verachtet werden, Wie denn geschrieben steht. Aber ich sage euch, Elias ist gekommen, Und sie haben an ihm getan, Was sie wollten, Nachdem von ihm geschrieben steht. Und er kam zu seinen Jüngern Und sah viel Volks um sie Und Schriftgelehrte, Die sich mit ihnen befragten. Und eisobald, Da alles Volk ihn sah, Entsetzten sie sich, Liefen zu und grüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, Was befragt ihr euch mit ihnen? Einer aber aus dem Volk antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, Der hat einen sprachlosen Geist, Und wo er ihn erwischt, So reißt er ihn und schäumt Und knirscht mit den Zähnen und verdorret. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, Dass sie ihn austrieben, Und sie können es nicht. Er antwortete ihm aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich mich mit euch leiden? Bringet ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm. Und eisobald, da ihn der Geist sah, Riss er ihn und fiel auf die Erde Und eisobald schrie des Kindesvater mit Tränen und sprach, Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk zulief, Bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, Ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest Und fahrest hinfort nicht in ihm. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und er ward, als wäre er tot, Dass auch viele sagten, Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand Das Menschensohn wird überantwortet werden In die Menschenhände Und sie werden ihn töten Und wenn er getötet ist, So wird er am dritten Tage auferstehen. Sie aber vernahmen das Wort nicht Und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam gen Kapernaum Und da er daheim war, fragte er sie, Was handelt ihr miteinander auf dem Wege? Sie aber schwiegen, Denn sie hatten miteinander auf dem Wege gehandelt, Welcher der größeste wäre. Und er setzte sich Und rief die Zwölfe Und sprach zu ihnen, So jemand will der Erste sein, Der soll der Letzte sein vor allen Und aller Knecht. Und er nahm ein Kindlein Und stellte es mitten unter sie Und herzte dasselbe Und sprach zu ihnen, Wer ein solches Kindlein In meinem Namen aufnimmt, Der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, Der nimmt nicht mich auf, Sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm Und sprach, Meister, wir sahen einen, Der trieb Teufel in deinem Namen aus, Welcher uns nicht nachfolgte, Und wir verboten es ihm, Darum, dass er uns nicht nachfolgte. Jesus aber sprach, Ihr sollt es ihm nicht verbieten, Denn es ist niemand, Der eine Tat tut in meinem Namen, Und möge bald übel von mir reden. Wer nicht wider uns ist, Der ist für uns. Wer aber euch tränket mit einem Becher Wasser In meinem Namen, Darum, dass ihr Christo angehöret, Wahrlich, ich sage euch, Es wird ihm nicht unvergolden bleiben. Und wer der Kleinen einen ärgert, Die an mich glauben, Dem wäre es besser, Dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt würde, Und er in das Meer geworfen würde. So dich aber deine Hand ärgert, So haue sie ab, Es ist dir besser, Dass du ein Krüppel zum Leben eingehst, Denn dass du zwei Hände habest, Und fahrest in die Hölle, In das ewige Feuer, Da ihr Wurm nicht stirbt, Und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Fuß, So haue ihn ab, Es ist dir besser, Dass du lahm zum Leben eingehst, Denn dass du zwei Füße habest, Und werdest in die Hölle geworfen, In das ewige Feuer, Da ihr Wurm nicht stirbt, Und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Auge, So wirf es von dir, Es ist dir besser, Dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, Denn dass du zwei Augen habest, Und werdest in das höllische Feuer geworfen, Da ihr Wurm nicht stirbt, Und ihr Feuer nicht verlöscht. Es muss alles mit Feuer gesalzen werden, Und alles Opfer wird mit Salz gesalzen. Das Salz ist gut, So aber das Salz dumm wird, Womit wird man würzen? Habt Salz bei euch, Und habt Frieden untereinander. Und er machte sich auf, Und kam von dann in die Örter des jüdischen Landes, Jenseits des Jordans. Und das Volk ging abermal mit Haufen zu ihm, Und wie seine Gewohnheit war, Lehrte er sie abermal. Und die Pharisäer traten zu ihm, Und fragten ihn, Ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe, Und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach, Was hat euch Moses geboten? Sie sprachen, Moses hat zugelassen, Einen Scheidebrief zu schreiben, Und sich zu scheiden. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Um eures Herzens Härtigkeit willen, Hat er euch solches Gebot geschrieben, Aber von Anfang der Kreatur Hat sie Gott geschaffen, Ein Männlein und Fräulein. Darum wird der Mensch seinen Vater und Mutter lassen, Und wird seinem Weibe anhangen, Und werden sein die zwei ein Fleisch, So sind sie nun nicht zwei, Sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, Soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermal seine Jünger um dasselbe, Und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seinem Weibe Und freiet eine andere, Der bricht die Ehe an ihr. Und so sich ein Weib scheidet von ihrem Manne Und freiet einen anderen, Die bricht ihre Ehe. Und sie brachten Kindlein zu ihm, Dass er sie anrührete. Die Jünger aber fuhren die an, Die sie trugen. Da es aber Jesus sah, Wart er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kindlein zu mir kommen Und wehret ihnen nicht, Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht empfängt als ein Kindlein, Der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie Und legte die Hände auf sie Und segnete sie. Und da er hinausgegangen war auf den Weg, Lief einer vorne vor, Kniete vor ihn und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, Dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Du weißt ja die Gebote wohl. Du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht töten, Du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, Du sollst niemanden täuschen. Ehre deinen Vater und Mutter. Er antwortete aber und sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, Eines fehlt dir, Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, Und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber ward unmuts über der Rede Und ging traurig davon, Denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich Und sprach zu seinen Jüngern, Wie schwerlich werden die Reichen In das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum Und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, Wie schwer ist es, Dass die, So ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, Ins Reich Gottes kommen. Es ist leichter, Dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, Denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr Und sprachen untereinander. Wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, Bei den Menschen ist es unmöglich, Aber nicht bei Gott, Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da sagte Petrus zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen Und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, Es ist niemand, So er verlässt Haus Oder Brüder Oder Schwestern Oder Vater Oder Mutter Oder Weib Oder Kinder Oder Äcker Um meinetwillen Und um des Evangelii willen, Der nicht hundertfältig empfange, Jetzt in dieser Zeit, Häuser Und Brüder Und Schwestern Und Mütter Und Kinder Und Äcker mit Verfolgungen Und in der zukünftigen Welt Das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, Die die Ersten sind, Und die Ersten sein, Die die Letzten sind. Sie waren aber auf dem Weg Und ging hinauf Gen Jerusalem Und Jesus ging vor ihnen Und sie entsetzten sich, Folgten ihm nach Und fürchteten sich. Und Jesus nahm abermal zu sich die Zwölfe Und sagte ihnen, Was ihm widerfahren würde. Siehe, wir gehen hinauf Gen Jerusalem Und des Menschensohn Wird überantwortet werden Den hohe Priestern Und Schriftgelehrten Und sie werden ihn verdammt Zum Tode Und überantworten Den Heiden Die werden ihn verspotten Und geißeln Und verspeien Und töten Und am dritten Tage Wird er auferstehen Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes Die Söhne Zebede Und sprachen Meister, wir wollen Dass du uns tust Was wir dich bitten werden Er sprach zu ihnen Was wollt ihr Dass ich euch tue Sie sprachen zu ihm Gib uns Dass wir sitzen Einer zu deiner Rechten Und einer zu deiner Linken In deiner Herrlichkeit Jesus aber sprach zu ihnen Ihr wisset nicht Was ihr bittet Könntet ihr den Kelch trinken Den ich trinke Und euch taufen lassen Mit der Taufe Da ich mitgetauft werde Zu sitzen aber Zu meiner Rechten Und zu meiner Linken Stehet mir nicht zu Euch zu geben Sondern welchen Es bereitet ist Und da das die Zehn hörten Wurden sie unwillig Über Jakobum und Johannem Aber Jesus rief sie Und sprach zu ihnen Ihr wisset Dass die weltlichen Fürsten herrschen Und die Mächtigen Unter ihnen haben geweiht Aber also soll es Unter euch nicht sein Sondern welcher Will groß werden unter euch Der soll euer Diener sein Und welcher unter euch Will der vornehmste werden Der soll aller Knecht sein Denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen Dass er sich dienen lasse Sondern dass er diene Und gebe sein Leben Zur Bezahlung für viele Und sie kamen Er aber schrie vielmehr Du Sohn Davids Jesus aber sprach zu ihm Geh hin Dein Glaube hat dir geholfen Und alsobald war er sehend Und folgte ihm nach Auf dem Wege Und da sie nahe zu Jerusalem kamen Er bedarf seiner So wird er es bald her senden Sie gingen hin Viele aber breiteten Und am Abend ging er hinaus Gern Bethanien mit den Zwölfen Und des anderen Tags Da sie von Bethanien ging Hungerte ihn Und sah einen Feigenbaum Von Ferne der Blätter hatte Da trat er hinzu Ob er etwas darauf fände Und da er hinzukam Fand er nichts Denn nur Blätter Denn es war noch nicht Zeit Dass Feigen sein sollten Und Jesus antwortete Und sprach zu ihm Nun esse von dir niemand Keine Frucht ewiglich Und seine Jünger hörten das Und sie kamen Gen Jerusalem Und Jesus ging in den Tempel Fing an Und trieb aus die Verkäufer Und Käufer in dem Tempel Und die Tische der Wechsler Und die Stühle der Taubenkrämer Stieß er um Und ließ nicht zu Dass jemand etwas Durch den Tempel trüge Und er lehrte Und sprach zu ihnen Steht nicht geschrieben Mein Haus soll heißen Ein Bethaus allen Völkern Ihr aber habt Eine Mördergrube daraus gemacht Und es kamen vor Die Schriftgelehrten Und Hohepriester Und sie trachteten Wie sie ihn umbrichten Sie fürchteten sich aber vor ihm Denn alles Volk Verwunderte sich seiner Lehre Und des Abends Ging er hinaus vor die Stadt Und am Morgen Ging sie vorüber Und sahen den Feigenbaum Dass er verdorrt war Bis auf die Wurzel Und Petrus gedachte daran Und sprach zu ihm Rabbi, sieh Der Feigenbaum Den du verflucht hast Ist verdorrt Jesus antwortete Und sprach zu ihnen Habt Glauben an Gott Wahrlich Ich sage euch Wer zu diesem Berge spreche Hebe dich Und wirf dich ins Meer Und zweifle nicht In seinem Herzen Sondern glaubte Dass es geschehen würde Was er sagt So wird es ihm geschehen Was er sagt Darum sage ich euch Alles was ihr bittet In eurem Gebet Glaubet nur Dass ihr es empfangen werdet So wird es euch werden Und wenn ihr stehet Und betet So vergebet Wo ihr etwas Wieder jemand habt Auf das auch euer Vater Im Himmel Euch vergebe Eure Fehler Wenn ihr aber Nicht vergeben werdet So wird euch Euer Vater Der im Himmel ist Eure Fehler Nicht vergeben Und sie kamen Aber mal Gen Jerusalem Und da er In den Tempel ging Kamen zu ihm Die hohe Priester Und Schriftgelehrten Und die Ältesten Und sprachen zu ihm Aus was für Macht Tust du das Und wer hat dir Die Macht gegeben Dass du solches tust Jesus aber antwortete Und sprach zu ihnen Ich will euch Auch ein Wort fragen Antwortet mir So will ich euch sagen Aus was für Macht Ich das tue Die Taufe Johannes War sie vom Himmel Oder von Menschen Antwortet mir Und sie gedachten Bei sich selbst Und sprachen Sagen wir Sie war vom Himmel So wird er sagen Warum habt ihr Ihn denn nicht geglaubt Sagen wir aber Sie war von Menschen So fürchten wir Uns vor dem Volk Denn sie hielten alle Dass Johannes Ein rechter Prophet wäre Und sie antworteten Und sprachen zu Jesu Wir wissen es nicht Und Jesus antwortete Und sprach zu ihnen So sage ich euch auch nicht Aus was für Macht Ich solches tue Und er fing an zu ihnen Durch Gleichnisse zu reden Ein Mensch pflanzte Ein Mensch pflanzte ein Weinberg Und führte ein Zaun darum Und grub eine Kälter Und baute einen Turm Und tat ihn aus den Weingärtnern Und zog über Land Und sandte ein Knecht Da die Zeit kam zu den Weingärtnern Dass er von den Weingärtnern nehme Von der Frucht des Weinberges Sie nahm ihn aber Und stäubten ihn Und ließen ihn leer von sich Aber mal Sandte er zu ihnen Einen anderen Knecht Demselben zerwarfen sie Den Kopf mit Steinen Und ließen ihn geschmiert Von sich Aber mal Sandte er einen anderen Denselben töteten sie Und viele andere Etliche stäubten sie Etliche töteten sie Da hatte er noch Einen einigen Sohn Der war ihm lieb Den sandte er zum Letzten Auch zu ihnen Und sprach Sie werden sich Vor meinem Sohne scheuen Aber dieselben Weingärtner Sprachen untereinander Dies ist der Erbe Kommt Lasst uns ihn töten So wird das Erbe unser sein Und sie nahmen ihn Und töteten ihn Und warfen ihn heraus Vor den Weinberg Was wird nun Der Herr des Weinberges tun Er wird kommen Und die Weingärtner umbringen Und den Weinberg Anderen geben Habt ihr auch nicht gelesen Diese Schrift Der Stein Den die Bauleute Verworfen haben Der ist zum Eckstein geworden Von dem Herrn Ist das geschehen Und es ist wunderbarlich Vor unseren Augen Und sie trachteten danach Wie sie ihn griffen Und fürchteten sich doch Vor dem Volk Denn sie vernahmen Dass er auf sie Dieses Gleichnis geredet hatte Und sie ließen ihn Und gingen davon Und sie sandten zu ihm Etliche von den Pharisäern Und Herodes Dienern Dass sie ihn fingen In Worten Und sie kamen Und sprachen zu ihm Meister Wir wissen Wir wissen Dass du wahrhaftig bist Und fragest nach niemand Denn du achtest Nicht das Ansehen Der Menschen Sondern du lehrest Den Weg Gottes Recht Ist es recht Dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht Sollen wir ihn geben Oder nicht geben Er aber merkte ihre Heuchelei Und sprach zu ihnen Was versuchet ihr mich Bringet mir ein Groschen Dass ich ihn sehe Und sie brachten ihm Da sprach er Wes ist das Bild Und die Überschrift Sie sprachen zu ihm Des Kaisers Da antwortete Jesus Und sprach zu ihnen So gebe dem Kaiser Was des Kaisers ist Und Gott Was Gottes ist Und sie verwunderten Sich seiner Da traten die Sadduzeer Zu ihm Die da heilten Es sei keine Auferstehung Die fragten ihn Und sprachen Meister Moses hat uns geschrieben Wenn jemand Bruder stirbt Und lässt ein Weib Und lässt keine Kinder So soll sein Bruder Dasselben Weib nehmen Und seinem Bruder Samen erwecken Nun sind sieben Brüder gewesen Der erste nahm ein Weib Der starb Und ließ keinen Samen Und der andere nahm sie Und starb Und ließ auch nicht Samen Der dritte desselben gleichen Und nahm sie alle sieben Und ließ nicht Samen Zuletzt nach allen Starb das Weib auch Nun in der Auferstehung Wenn sie auferstehen Wessen Weib wird sie sein unter ihnen Denn sieben haben sie zum Weibe gehabt Da antwortete Jesus Und sprach zu ihnen Ist es nicht also Ihr irret Darum Dass ihr nicht wisset Von der Schrift Noch von der Kraft Gottes Wenn sie von den Toten Auferstehen werden So werden sie nicht freien Noch sich freien lassen Sondern sie sind Wie die Engel im Himmel Aber von den Toten Dass sie auferstehen werden Habt ihr nicht gelesen Im Buch Moses Bei dem Busch Wie Gott zu ihm sagte Und sprach Ich bin der Gott Abrahams Und der Gott Isaaks Und der Gott Jakobs Gott aber ist nicht der Toten Sondern der lebendigen Gott Darum irret ihr sehr Und es trat zu ihm Der Schriftgelehrten einer Der ihnen zugehöret hatte Wie sie sich miteinander befragten Und sah Dass er ihnen sein geantwortet hatte Und fragte ihn Welches ist das vornehmste Gebot Vor allen Jesus aber antwortete ihm Das vornehmste Gebot Vor allen Geboten ist das Höre Israel Der Herr unser Gott Ist ein einiger Gott Und du sollst Gott Deinen Herrn lieben Von ganzen Herzen Von ganzer Seele Von ganzen Gemüte Und von all deinen Kräften Das ist das vornehmste Gebot Und das andere ist ihm gleich Du sollst deinen Nächsten lieben Als dich selbst Es ist kein anderes Größeres Gebot Denn diese Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm Meister Du hast wahrlich recht geredet Denn es ist ein Gott Und ist kein anderer außer ihm Und denselben lieben Von ganzem Herzen Von ganzen Gemüte Von ganzer Seele Und von allen Kräften Und lieben seinen Nächsten Als sich selbst Das ist mehr Denn Brandopfer Und alle Opfer Da Jesus aber sah Dass er vernünftig antwortete Sprach er zu ihm Du bist nicht ferne Von dem Reich Gottes Und es durfte ihn Niemand weiter fragen Und Jesus antwortete Und sprach Da er lehrte im Tempel Wie sagen die Schriftgelehrten Christus sei Davids Sohn Er aber David Spricht durch den Heiligen Geist Der Herr hat gesagt Zu meinem Herrn Setze dich zu meiner Rechten Bis dass ich lege Deine Feinde Zum Schemel deiner Füße Da heißt ihn ja David sein Herrn Woher ist er denn sein Sohn? Und viel Volks Hörte ihn gerne Und er lehrte sie Und sprach zu ihnen Seht euch vor Vor den Schriftgelehrten Die in langen Kleidern gehen Und lassen sich gerne Auf dem Markt grüßen Und sitzen gerne oben an In den Schulen Und über Tische Im Abendmahl Sie fressen der Witwin Häuser Und wenden langes Gebet vor Dieselben werden Desto mehr Verdammnis empfangen Und Jesus setzte sich Gegen den Gotteskasten Und schaute Wie das Volk Geld einlegte In den Gotteskasten Und viele Reiche Legten viel ein Und es kam Eine arme Witwe Und legte Zwei Schärflein ein Die machen ein Heller Und er rief seine Jünger Zu sich Und sprach zu ihnen Wahrlich Ich sage euch Diese arme Witwe Hat mehr in den Gotteskasten gelegt Denn alle Die eingelegt haben Denn sie haben alle Von ihrem Übrigen eingelegt Diese aber Hat von ihrer Armut Alles was sie hat Ihre ganze Nahrung Und da er aus dem Tempel ging Sprach zu ihm Seiner Jünger einer Meister sie Welche Steine Und welch ein Bau ist das Und Jesus antwortete Und sprach zu ihm Siehst du wohl allein Diesen großen Bau Nicht ein Stein Wird auf dem anderen bleiben Der nicht zerbrochen werde Und da er auf dem Ölberge Saß gegen dem Tempel Fragten ihn besonders Petrus und Jakobus Und Johannes und Andreas Sage uns Wann wird das alles geschehen Und was wird das Zeichen sein Wann das alles soll vollendet werden Jesus antwortete ihn Und fing an zu sagen Sehe zu Dass euch nicht jemand verführe Denn es werden viele kommen Unter meinem Namen Und sagen Ich bin Christus Und werden viele verführen Wenn ihr aber hören werdet Von Kriegen und Kriegsgeschrei So fürchtet euch nicht Denn es muss also geschehen Aber das Ende ist noch nicht da Es wird sich ein Volk Über das andere empören Und ein Königreich Über das andere Und werden geschehen Erdbeben hin und wieder Und wird sein teure Zeit Und Schrecken Das ist der Notanfang Ihr aber seht euch vor Denn sie werden euch überantworten Vor die Rathäuser und Schulen Und ihr müsst gestäubt werden Und vor Fürsten und Könige Müsst ihr geführt werden Um meinetwillen Zu einem Zeugnis über sie Und das Evangelium Muss zuvor gepredigt werden Unter allen Völkern Wenn sie euch nun führen Und überantworten werden So sorgt nicht Was ihr reden sollt Und bedenkt euch nicht zuvor Sondern was euch Zu derselben Stunde gegeben wird Das redet Denn ihr seid es nicht Nicht die da reden Sondern der Heilige Geist Es wird aber überantworten Ein Bruder den anderen zum Tode Und der Vater den Sohn Und die Kinder werden sich empören Wieder die Eltern Und werden sie helfen töten Und werden gehasset sein Von jedermann Um meines Namens willen Wer aber beharret bis ans Ende Der wird selig Wenn ihr aber sehen werdet Den Gräuel der Verwüstung Von dem der Prophet Daniel gesagt hat Dass er steht Da er nicht soll Wer es lieset Der vernehme es Als dann wer in Judäa ist Der fliehe auf die Berge Und wer auf dem Dach ist Der steige nicht hernieder In das Haus Und komme nicht da rein Etwas zu holen Aus seinem Hause Und wer auf dem Felde ist Der wende sich nicht um Seine Kleider zu holen Wer aber den Schwangerinnen Und Säugern zu der Zeit Bittet aber Dass eure Flucht Nicht geschehe im Winter Denn in diesen Tagen Werden solche Trübsale sein Als sie nie gewesen sind bisher Vom Anfang der Kreaturen Die Gott geschaffen hat Und als auch nicht werden wird Und so der Herr Diese Tage nicht verkürzt hätte Würde kein Mensch selig Aber um der auserwählten Willen Die er auserwählet hat Hat er diese Tage verkürzt Wenn nun jemand zu der Zeit Würde zu euch sagen Siehe Hier ist Christus Siehe Da ist er So glaubet nicht Denn es werden sich erheben Falsche Christi Und falsche Propheten Die Zeichen und Wunder tun Dass sie auch die Auserwählten verführen So es möglich wäre Ihr aber seht euch vor Siehe Ich habe es euch alles zuvor gesagt Aber zu der Zeit Nach dieser Trübsal Werden Sonne und Mond Ihren Schein verlieren Und die Sterne Werden vom Himmel fallen Und die Kräfte der Himmel Werden sich bewegen Und dann werden sie Sehendes Menschensohn Kommen in den Wolken Mit großer Kraft Und Herrlichkeit Und dann wird er Seine Engel senden Und wird versammeln Seine Auserwählten Von den vier Winden Von dem Ende der Erde Bis zum Ende der Himmel An dem Feigenbaum Lernet ein Gleichnis Wenn jetzt seine Zweige Saftig werden Und Blätter gewinnen So wisset ihr Dass der Sommer nahe ist Also auch wenn ihr seht Dass solches geschieht So wisset Dass es nahe vor der Tür ist Wahrlich Ich sage euch Dies Geschlecht Wird nicht vergehen Bis dass dies alles geschehe Himmel und Erde Werden vergehen Meine Worte Aber werden nicht vergehen Von dem Tage aber Und der Stunde Weiß niemand Auch die Engel Nicht im Himmel Auch der Sohn nicht Sondern allein der Vater Sehe zu Wachet und betet Denn ihr wisset nicht Wann es Zeit ist Gleich als ein Mensch Der über Land zog Und ließ sein Haus Und gab seinen Knechten Macht Einem jeglichen sein Werk Und gebot dem Türhüter Er solle machen So wachet nun Denn ihr wisset nicht Wann der Herr des Hauses kommt Ob er kommt am Abend Oder zu Mitternacht Oder um den Hahnschrei Oder des Morgens Auf dass er nicht schnell komme Und findet euch schlafend Was ich aber euch sage Sage ich allen Wachet Und nach zwei Tagen Da waren etliche Ihr habt alle Zeit Arme Bei euch Und wenn ihr wollt Könntet ihr ihnen Gutes tun Mich aber habt ihr Nicht alle Zeit Sie hat getan Was sie konnte Sie ist zuvor gekommen Mein Leichnam zu salben Zu meinem Begräbnis Wahrlich Ich sage euch Wo dies Evangelium Gepredigt wird In aller Welt Da wird man auch das sagen Zu ihrem Gedächtnis Das sie jetzt getan hat Und Judas Ischariot Einer von den Zwölfen Ging hin zu den Hohen Priestern Dass er ihn verriete Da sie das hörten Wurden sie froh Und verhießen ihm Das Geld zu geben Und er suchte Wie er ihn füglich verriete Und am ersten Tage Der süßen Brote Da man das Osterlamm opferte Sprachen seine Jünger zu ihm Wo willst du Dass wir hingehen Und bereiten Dass du das Osterlamm essest Und er sandte seiner Jünger zwei Und sprach zu ihnen Geht hin in die Stadt Und es wird euch Ein Mensch begegnen Der trägt ein Krug mit Wasser Folget ihm nach Und wo er eingeht Da spreche zu dem Hauswirt Der Meister lässt dir sagen Wo ist das Gasthaus Darin ich das Osterlamm esse Mit meinen Jüngern Und er wird euch Einen großen Saal zeigen Der gepflastert Und bereitet ist Da selbst richtet für uns zu Und die Jünger gingen aus Und kamen in die Stadt Und fanden es Wie er es ihnen gesagt hatte Und bereiteten das Osterlamm Am Abend aber Kam er mit den Zwölfen Und als sie zu Tische saßen Und aßen Sprach Jesus Wahrlich Ich sage euch Einer unter euch Der mit mir isset Wird mich verraten Und sie wurden traurig Und sagten zu ihm Einer nach dem anderen Bin ich's Und der andere Bin ich's Er antwortete Und sprach zu ihnen Einer aus den Zwölfen Der mit mir In die Schüssel tauchet Zwar des Menschensohn geht hin Wie von ihm geschrieben steht Wer aber dem Menschen Durch welchen des Menschensohn Verraten wird Es wäre demselben Menschen besser Dass er nie geboren wäre Und indem sie aßen Nahm Jesus das Brot Dankte und brach es Und gab es ihnen Und sprach Nehmt Esset Das ist mein Leib Und nahm den Kelch Und dankte Und gab ihnen den Und sie tranken alle daraus Und er sprach zu ihnen Das ist mein Blut des Neuen Testaments Das für viele vergossen wird Wahrlich Ich sage euch Dass ich hinfort nicht trinken werde Vom Gewächs des Weinstocks Bis auf den Tag Da ich es neu trinke In dem Reich Gottes Und da sie den Lobgesang Gesprochen hatten Ging sie hinaus An den Ölberg Und Jesus sprach zu ihnen Ihr werdet euch in dieser Nacht Alle an mir ärgern Denn es steht geschrieben Ich werde den Hürden schlagen Und die Schafe Werden sich zerstreuen Aber nachdem ich auferstehe Will ich vor euch hingehen In Galiläa Petrus aber sagte zu ihm Und wenn sie sich alle ärgerten So wollte doch ich mich nicht ärgern Und Jesus sprach zu ihm Wahrlich Ich sage dir Heute in dieser Nacht Ehe denn der Hahn zweimal kreiert Wirst du mich dreimal verleugnen Er aber redete noch weiter Ja Wenn ich auch mit dir sterben müsste Wollte ich dich nicht verleugnen Desselben gleichen Sagten sie alle Und sie kamen zu dem Hofe Mit Namen Gezemane Und er sprach zu seinen Jüngern Setzet euch hier Bis ich hingehe und bete Und nahm zu sich Petrum Und Jakobum Und Johannem Und fing an zu zittern Und zu zagen Und sprach zu ihnen Meine Seele ist betrübt Bis an den Tod Enthaltet euch hier Und wachet Und ging ein wenig für Baas Fiel auf die Erde Und betete Dass so es möglich wäre Die Stunde vorüber ginge Und sprach Aber mein Vater Es ist dir alles möglich Überhebe mich dieses Kechs Doch nicht was ich will Sondern was du willst Und kam Und fand sie schlafend Und sprach zu Petru Simon Schläfst du Vermöchtest du nicht Eine Stunde zu wachen Wachet und betet Dass ihr nicht Mal schlafend Denn ihre Augen Waren voll Schlafs Und wussten nicht Was sie ihm antworteten Und er kam zum dritten Mal Und sprach zu ihnen Ach Wollt ihr nun schlafen Und ruhen Es ist genug Die Stunde ist gekommen Siehe Das Menschensohn Wird überantwortet In der Sünder Hände Steht auf Lasst uns gehen Siehe Der mich verrät Und ist nah Und also bald Da er noch redete Kam her zu Judas Der Zwölfen Einer Und eine große Schar Mit ihm Mit Schwertern Und mit Stangen Von den Hohepriestern Und Schriftgelehrten Und Ältesten Und der Verräter Hatte ihnen ein Zeichen Gegeben Und gesagt Welchen ich küssen werde Der ist es Den greifet Und führet ihn gewiß Und da er kam Trat er bald zu ihm Und sprach zu ihm Rabbi Rabbi Und küßte ihn Die aber legten ihre Hände An ihn Und griffen ihn Einer aber von denen Die dabei standen Zog sein Schwert aus Und schlug des Hohen Priesters Knecht Und hieb ihnen ein Ohr ab Und Jesus antwortete Und sprach zu ihnen Ihr seid ausgegangen Als zu einem Mörder Mit Schwertern Und mit Stangen Mich zu fangen Ich bin täglich Bei euch im Tempel gewesen Und habe gelehrt Und ihr habt mich Nicht gegriffen Aber auf das Die Schrift erfüllt werde Und die Jünger Verließen ihn alle Und flohen Und es war ein Jüngling Der folgte ihm nach Der war mit Leinwand Bekleidet Auf der bloßen Haut Und die Jünglinge Griffen ihn Er aber ließ Die Leinwand fahren Und floh bloß von ihnen Und sie führten Jesum zu dem Hohen Priester Dahin zusammengekommen Waren alle Hohen Priester Und Ältesten Und Schriftgelehrten Petrus aber Folgte ihm nach Von Ferne Bis hinein In des Hohen Priesters Palast Und er war da Und saß bei den Knechten Und wärmte sich Bei dem Licht Aber die Hohen Priester Und der ganze Rat Suchten Zeugnis Wieder Jesum Auf das sie ihn Zum Tode brächten Und fanden nichts Viele gaben Falsches Zeugnis Wieder ihn Aber ihr Zeugnis Stimmte nicht überein Und etliche Standen auf Und gaben Falsches Zeugnis Wieder ihn Und sprachen Wir haben gehört Dass er sagte Ich will den Tempel Der mit Händen Gemacht ist Abbrechen Und in drei Tagen Einen anderen bauen Der nicht mit Händen Gemacht sei Aber ihr Zeugnis Stimmte noch nicht überein Und der Hohen Priester Stand auf Unter sie Und fragte Jesum Und sprach Antwortest du nicht Zu dem Dass diese Wieder dich zeugen Er aber Schwieg Stille Und antwortete Nichts Da fragte ihn Der Hohen Priester Aber mal Und sprach zu ihm Bist du Christus Der Sohn des Hochgelobten Jesus aber sprach Ich bin's Und ihr werdet Sehendes Menschen Sohn sitzen Zur rechten Hand Der Kraft Und kommen Mit des Himmels Wolken Da zerriss Der Hohen Priester Seinen Rock Und sprach Was bedürfen Wir weiter Zeugen Ihr habt gehört Die Gotteslästerung Was dünket euch Sie aber Verdammten ihn alle Dass er des Todes Schuldig wäre Da fingen an Etliche ihn zu verspeien Und zu verdecken Sein Angesicht Und mit Fäusten Zu schlagen Und zu ihm Zu sagen Weiß sage uns Und die Knechte Und die Knechte Schlugen ihm Und die Magd Und die Magd sah ihn Und hob Abermal an Zu sagen denen Die dabei standen Dieser ist deren Einer Und er leugnete Abermal Und nach einer kleinen Weile Sprachen Abermal zu Petro Die dabei standen Wahrlich Du bist deren Einer Denn du bist ein Galiläer Und deine Sprache Lautet gleich Also Er aber fing an Sich zu verfluchen Und zu schwören Ich kenne den Menschen nicht Von dem ihr saget Und der Hahn krähte Zum andern Mal Da gedachte Petrus An das Wort Dass Jesus zu ihm sagte Ehe der Hahn zweimal kreiert Wirst du mich dreimal verleugnen Und er hob an zu weinen Und bald am Morgen Hielten die Hohenpriester Ein Rat mit den Ältesten Und Schriftgelehrten Dazu der ganze Rat Und banden Jesum Und führten ihn hin Und überantworteten ihn Pilato Und Pilatus fragte ihn Bist du ein König der Juden? Er antwortete aber Und sprach zu ihm Du sagst es Und die Hohenpriester Beschuldigten ihn hart Pilatus aber fragte ihn aber mal Und sprach Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen Jesus aber antwortete nichts mehr Also, dass sich auch Pilatus verwunderte Er pflegte aber ihnen Auf das Osterfest Einen Gefangenen loszugeben Welchen sie begehrten Es war aber einer Genannt Barabbas Gefangen mit den Aufrührerischen Die im Aufruhr einen Mord begangen hatten Und das Volk ging hinauf Und bat Dass er täte, wie er pflegte Pilatus aber antwortete ihnen Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste Dass ihn die Hohenpriester aus Neid Überantwortet hatten Aber die Hohenpriester reizten das Volk Dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe Pilatus aber antwortete wiederum Und sprach zu ihnen Was wollt ihr denn Dass ich tue dem Den ihr schuldigt Er sei ein König der Juden? Sie schrien aber mal Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen Was hat er Übles getan? Aber sie schrien noch viel mehr Kreuzige ihn! Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun Und gab ihnen Barabbas los Und überantwortete ihnen Jesum Dass er gegeißelt und gekreuzigt würde Die Kriegsknechter aber führten ihn hinein In das Richthaus Und riefen zusammen die ganze Schar Und zogen ihm ein Purpur an Und flochten eine dornene Krone Und setzten sie ihm auf Und fingen an, ihn zu grüßen Gegrüßt seist du, der Judenkönig! Und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr Und verspeierten ihn Und fielen auf die Knie Und beteten ihn an Und da sie ihn verspottet hatten Zogen sie ihm den Purpur aus Und zogen ihm seine eigenen Kleider an Und führten ihn aus Dass sie ihn kreuzigten Und zwang ein Der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene Der vom Felde kam Der ein Vater war, Alexandri und Rufi Dass er ihm das Kreuz trüge Und sie brachten ihn an die Städte Golgatha Das ist verdolmetscht Schädelstädte Und sie gaben ihm Mürren im Wein zu trinken Und er nahm's nicht zu sich Und da sie ihn gekreuzigt hatten Teilten sie seine Kleider Und warfen das Los darum Welcher was überkäme Und es war um die dritte Stunde Da sie ihn kreuzigten Und es war oben über ihn geschrieben Was man ihm Schuld gab Nämlich ein König der Juden Und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder Einen zu seiner Rechten Und einen zu Linken Da war die Schrift erfüllt Die da sagt Er ist unter die Übeltäter gerechnet Und die Vorübergingen lästerten ihn Und schüttelten ihre Häupter Und sprachen Pfui dich Wie seien zerbrichst du den Tempel Und baust ihn in drei Tagen Hilf dir nun selber Und steig herab vom Kreuz Desselbengleichen Die Hohepriester verspotteten ihn untereinander Samt den Schriftgelehrten und sprachen Er hat anderen geholfen Und kann sich selber nicht helfen Ist er Christus und König in Israel So steige er nun vom Kreuz Das wir sehen und glauben Und die mit ihm gekreuzigt waren Schmähten ihn auch Und nach der sechsten Stunde Wart eine Finsternis über das ganze Land Bis um die neunte Stunde Und um die neunte Stunde Rief Jesus laut und sprach Eli Eli Lama Asaptani Das ist verdolmetscht Mein Gott Mein Gott Warum hast du mich verlassen Und etliche die dabei standen Da sie das hörten Sprachen sie Siehe Er ruft den Elias Da lief einer Und füllte einen Schwamm mit Essig Und steckte ihn auf ein Rohr Und drängte ihn Und sprach Halt Lass sehen Ob Elias komme Und ihn herabnehme Unter welchen Unter welchen war Maria Magdalena Der wagte es Und wälzte ein Stein Wer wälzt uns den Stein Von des Grabes Tür Und sie sahen dorthin Siehe da Die Städte Da sie ihn hin Und sie sahen dorthin Und sie sahen dorthin Angekommen Und sagten niemanden nichts Denn sie fürchteten sich Jesus aber Da er auferstanden war Früher am ersten Tage Der Sabbata Erschien er am ersten Der Maria Magdalena Von welchen er sieben Teufel Ausgetrieben hatte Und sie ging hin Und verkündigte es den Die mit ihm gewesen waren Die da Leid trugen Und weinten Und dieselben Da sie hörten Dass er lebte Und wäre ihr erschienen Glaubten sie nicht Danach Da zwei aus ihnen wandelten Offenbarte er sich Unter einer anderen Gestalt Da sie aufs Felde gingen Und dieselben gingen auch hin Und verkündigten das den anderen Denen glaubten sie auch nicht Zuletzt Da die Elfe zu Tische saßen Offenbarte er sich Und schallt ihren Unglauben Und ihres Herzens Zärtigkeit Dass sie nicht geglaubet hatten Den Die ihn gesehen hatten Auferstanden Und sprach zu ihnen Geht hin in alle Welt Und predigt das Evangelium Aller Kreatur Wer da glaubet Und getauft wird Der wird selig werden Wer aber nicht glaubet Der wird verdammt werden Die Zeichen aber Die da folgen Werden denen Die da glauben Sind die In meinem Namen Werden sie Teufel austreiben Mit neuen Zungen reden Schlangen vertreiben Und so sie etwas Tödliches trinken Wird es ihnen nicht schaden Auf die Kranken Werden sie die Hände legen So wird es besser Mit ihnen werden Und der Herr Nachdem er mit ihnen Geredet hatte Wart er aufgehoben Gern Himmel Und sitze zur rechten Hand Gottes Sie aber Gingen aus Und predigten An allen Orten Und der Herr Wirkte mit ihnen Und bekräftigte Das Wort Durch mitfolgende Zeichen Schau In welchem Leid Die Menschen gefangen sind Alles nur wegen Lügen Die sie fälschlicherweise Für die Wahrheit halten Wodurch sie von einem Leben Mit Sinn getrennt sind Was ist dir lieber? A Mach es dir in der Haft bequem Die Frucht der Bequemlichkeit Wird in Deuteronomium Kapitel 28 Vers 15 Bis 68 Beschrieben Unglück wird euch begleiten Ihr werdet Kinder zeugen Aber sie werden euch nicht gehören Sondern als Gefangene Weggeführt werden Ihr werdet ständig Um euer Leben zittern müssen Und euch keinen Augenblick Sicher fühlen Denn alles Was ihr erlebt Wird euch immer neue Angst einjagen Was ist dir lieber? B Hilf mit Sei das eine Prozent Das losläuft Möchtest du zu den Menschen ausgehen Damit ihnen der gerade Weg Gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen Wird in Matthäus Kapitel 11 Vers 5 beschrieben Blinde sehen Gelähmte gehen Aussätzige werden geheilt Taube hören Tote werden wieder lebendig Und den Armen Wird die rettende Botschaft verkündet Hilf mit Diese Welt zu verändern Bestelle dieses Heft kostenlos Und versandkostenfrei Auf Fibelzeit.de Und reiche es an deine nächsten weiter Kehre um Und bleib auf dem geraden Weg Klicke auf der Webseite Bedenke was im 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 3 steht Denn es wird eine Zeit kommen Da wird man die gesunde Lehre Unerträglich finden Und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen Von der Wahrheit dagegen Wird man die Ohren abkehren Und sich den Fabeln zuwenden Es ist der Unglaube Der das Gute und Richtige verdreht Verzehrt und verspiegelt Es ist der Glaube an den Weg Die Wahrheit und das Leben Der Einheit, Freiheit und Frieden ermöglicht Bestelle das Fibelheft kostenlos Und versandkostenfrei Auf Fibelzeit.de